Chrissy, du hast gerade eben mit mir gearbeitet. Wie hat es dir gefallen? Es war geiler Scheiß. Es war richtig geil. Ich habe total meine Energie gehabt. Ich habe gemerkt, wie das überfließt zu dir. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, was ich frage. Es kam einfach raus. Die Pferde haben reagiert, einfach auf das, was du gemacht hast, was wir gemeinsam erarbeitet haben. Ich habe das Gefühl gehabt, dir hat es geholfen und das hat mich total glücklich gemacht. Vor allem dieses, durch so wenig, durch so wenig so viel zu erreichen, ist geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Wenn du dir am Donnerstag denkst, wie du hier angereist bist, im ersten Vormittag, hättest du gedacht, dass du das so schaffen könntest? Nee, aber ich habe bis gestern Mittag immer wieder so Zweifel gehabt an mir selber. Ich gucke mehr nach mir, aber gleichzeitig weiß ich, dass ich Menschen fühlen kann, dass ich merke, was sie brauchen und was nicht. Und ich hatte das nicht in Einklang gebracht. Mir hat unglaublich viel geholfen, die Übung mit der Augenbinde für mich, um auch zu sehen, ich kann das. Und dann zu sehen, anderen, auch fremden Menschen, mit denen ich nicht den Alltag teile, die ich nicht weiß, wie sie sonst sind, so viel helfen zu können. Ich hätte es am Donnerstag nicht gedacht. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, ich kann das. Und nach unserer Übung vorher dachte ich, ich kann das. Ich kann das. Super. Und es hat ultra Spaß gemacht. Also wenn du auch nochmal schaust, wie war denn die Entwicklung für dich persönlich? Also du hast jetzt schon gesagt, am Donnerstag hättest du es nicht gedacht. Du hast es vielleicht auch gar nicht erwartet. Also die Frage ist auch, mit was für Erwartungen bist du hierher gefahren? Schon auch irgendwie dieses, was ich schon habe, zu kombinieren mit meinem Hobby, was ich habe, mit den Pferden. Ich gehe auf jeden Fall irgendwie mit, ich werde definitiv anders mit meinem Pferd umgehen. Ich werde es auch irgendwie ausprobieren und gucken, wie er reagiert. Ich bin glücklicher, weil ich mich selber irgendwie geöffnet habe. Ich weiß auch wieder ein bisschen mehr, was brauche ich, um glücklich zu sein. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ich jetzt einfach, dass ich jetzt noch besser bin. Dass ich noch besser bin in dem, was ich tue, was ich schon kann. Dass ich jetzt auch das, jetzt heute hier mit dir, jetzt in dem Moment, haben sich meine zwei Kreise übereinander gelegt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.